Moin Moin und herzlich willkommen zum Unboxing des Poco X3 NFC. Ja, das ist das zweite Pocophone, was auf meinem Kanal getestet wird. Ich habe ja bereits das Poco F2 Pro getestet und das ist nun das neue günstige Modell. Das Poco F2 Pro war eher so ein Flaggschiff-Killer. Das ist auch ein günstiges Gerät für unter 200 Euro, deswegen auch hier zusammen mit dem G9 Play und dem Vico 5 im Test. Und das Gerät packen wir jetzt mal aus. Ich habe mir hier den Specs-Sheet hingelegt, damit ich so ungefähr weiß, was für Hardware verbaut worden ist. Unter anderem als Prozessor der Snapdragon 732G. Das ist der Mittelklasse-Prozessor ohne 5G, der 765G. Der ist ja ein 5G-Prozessor und das ist tatsächlich die ein bisschen abgespecktere Variante ohne 5G. Packen wir das Gerät mal aus. Letztendlich Poco ist übrigens eine Xiaomi-Firma. Das heißt, es ist ein Xiaomi-Gerät unter einer anderen Marke wie Redmi. Als Hardware haben wir hier entweder 6 GB RAM mit 64 GB Speicher in der günstigen Version oder mit 128 GB in der teureren Version. Die kostet, glaube ich, 50 Euro mehr. Als allererstes haben wir hier SIM-Karten-Tool, eine Hülle und den User-Guide. Also haben wir alles normal Standard hier vorhanden. Vor allem auch die Hülle finde ich bei einem unter 200 Euro Gerät wirklich eine gute Sache, dass die beiliegt. Hier haben wir dann jetzt das Gerät. Das hole ich jetzt mal so aus der Box. Das ist das Gerät mit diesem etwas komischeren Kamera-Layout. Aber hier haben wir es nochmal als Übersicht. Wir haben den Snapdragon 732G drin. Ein Full-HD-Plus 120 Hertz-Display. Zwar LCD, aber trotzdem für unter 200 Euro 120 Hertz Full-HD. Halleluja! Beide diese Geräte haben HD-Plus 60 Hertz. Das kostet 30 Euro mehr UVP als diese beiden Geräte und hat einfach 120 Hertz Full-HD-Plus. Also da merkt man schon, uiuiui, die wollen hier richtig aggressiv den Preis drücken, was sie auch haben. Hier haben wir einen 5.160 mAh Akku drin. Also genau so viel, sogar noch mehr als bei diesen beiden Geräten hier. Die haben nämlich nur 5.000 mAh, also 100 mAh sind noch mehr drin. Die laden dann aber mit so maximal 15 bis 20 Watt. Das Gerät lädt einfach mit 33 Watt. Auf der Rückseite haben wir dann auch vier Kameras, nämlich den 64 Megapixel Hauptsensor, den IMX682 von Sony. Wir haben eine 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 2 Megapixel Makro und 2 Megapixel Tiefeninformationen und auch noch einen Blitz. Und auch dieses Kameralayout, ich mache jetzt mal diesen Sticker hier ab, dieses Kameralayout ist auch um einiges besser als hier, also auf dem Papier, als die Konkurrenz. Was haben wir hier noch weiterhin verbaut? LTE, wir haben WiFi 5, Bluetooth 5.1, wir haben einen Headphone Jack, also wir haben einen 3,5 mm Klinkeranschluss und MIUI 12 basierend auf Android 10. Das also, und wir haben Stereo-Lautsprecher, einen Lautsprecher hier, einen Lautsprecher hier oben. Das ist, ich packe es jetzt nochmal hier rein, das ist eine Ansage, das ist eine absolute Ansage. Als ich mir hier diesen Specsheet runtergeladen habe, durchgelesen habe das erste Mal, also ich habe sogar ein bisschen die Präsentation verfolgt. Huiuiui, wir haben einen UVP von 199 Euro für die 64 GB Variante, wenn ihr 128 GB wollt, zahlt ihr nochmal 50 Euro, glaube ich, mehr. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Gerät hier im Test abschneiden wird. Was haben wir noch weiter in der Box? Die haben wir ja noch nicht durch. Ladeadapter, der 33 Watt Ladeadapter und ein USB-Typ-C-Kabel. Ich denke, dabei wird es auch bleiben. Ja, genau, Ladeadapter, 33 Watt, ja. Hier haben wir dann das USB-C-Kabel, auch nicht zu kurz. Und ist hier noch was drin? Ich denke nicht, weil das ein günstiges Gerät ist, aber trotzdem haben wir alles vorhanden, was ich für ein Smartphone möchte. Echt eine krasse Sache. So, dann richten wir das Gerät mal ein. Ich packe das mal hier so hin. Das heißt, wir haben hier Mioi 12 verbaut, basierend auf Android 10, Deutsch, Deutschland, auswählen. Jetzt einmal mit dem WLAN verbinden. So, ich bin jetzt mit dem Internet verbunden. Einmal hier alles akzeptieren. Weiter. SIM-Karte brauche ich aktuell noch nicht. Die brauche ich dann spätestens beim Akkutest. Weiter. Jetzt sucht er noch nach Updates. Aber wenn ich jetzt hier nochmal alle drei Geräte vergleiche, wo ist denn jetzt der Unterschied? Oder wo sind die Vor- und wo sind die Nachteile? Also objektiv erstmal. Wir haben hier die bessere Hardware drin, als an beiden dieser Geräten. Dafür haben wir hier, und das kann man als Vor- oder Nachteil bezeichnen, wir haben hier Mioi. Bei beiden diesen Geräten haben wir fast Stock Android drauf. Nur ein, zwei Apps noch, die irgendwie dazu sind. Gut, hier ist noch ein bisschen Bloatware drauf. Aber sonst haben wir hier wirklich Stock Android. Hier haben wir Mioi. Das ist eine angepasste Version von Android mit Werbung auch. Ich glaube, die kann man aber ausstellen. Zumindest ist sie aber standardmäßig aktiviert. Ich logge mich jetzt nochmal bei Google ein. So, ich muss die Google-Anmeldung überspringen, einfach weil ich irgendwie das Passwort für das Google-Konto, was wir für die Geräte verwenden, vergessen habe. Deswegen werde ich jetzt einfach normal fortfahren, als hätte ich kein Google-Konto ausgewählt. Hier sind noch die normalen Google-Einstellungen, die ihr vornehmt, wenn ihr ein Gerät mit Android aufsetzt. Und jetzt kommen wir zu den Mi-Einstellungen, die ich auch überspringen werde, weil ich kein Mi-Konto hiermit verbinden möchte, weil ich auch einfach schlicht keins habe. Deswegen Mi-Konto überspringen. Denn wir haben einen Fingerabdrucksensor, den ich jetzt einrichten werde mit einem Pin. Da wähle ich jetzt einfach sowas. Ja, merk dir dein Passwort. Sonst musst du alles löschen, wenn du den Pin nicht mehr weißt. 0, 0, 0, 0, nehme ich da als Standard-Pin immer. Dann bestätigen wir nochmal den Pin. Der Fingerabdrucksensor sitzt auf der rechten Seite im An- und Ausschalter. Und den setze ich jetzt mal auf. Move your finger slightly. Das heißt, der übersetzt das erst während das ausgeführt wird. Das ist ein bisschen schlecht. Jetzt setze ich den Fingerabdruck noch weiter auf, also so, dass er dann noch weiter erkennt, selbst wenn er nicht immer in der Idealposition ist. Und das ist jetzt auch fertig. Das ging ja flott. Weiter, weiter, weiter. Jetzt können wir noch ein Thema auswählen. Limitless oder klassisch. Ich bleibe bei klassisch. Und die Einrichtung ist abgeschlossen. MIUI 12 ist nun fertig. Apps werden geladen. Das sind vor allen Dingen auch die Xiaomi-eigenen Apps. Das ist nämlich einer der weiteren Unterschiede. MIUI hat seine eigenen Apps. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich doppelte Apps haben. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich zwei Taschenrechner, zwei Dateien-Apps haben und so weiter. Das habt ihr halt bei solchen Geräten nicht, weil die einfach fast reines Android verwenden. Das ist schon, finde ich, einer der großen Vorteile. Klar, wenn ihr im Xiaomi-Universum seid oder einfach sagt, hey, ich komme von einem Apple-Gerät und ich möchte erstmal eins, weil MIUI sieht ein bisschen, zumindest nach dem Apple-iOS-Betriebssystem aus, wenn ihr da sagt, hey, ich möchte noch so ein bisschen dieses Thema haben, damit ich mich noch leichter zurechtfinde, dann ist MIUI wirklich eine großartige Sache für euch. Und das hier ist aber auch sehr simpel. Schreckt jetzt nicht davor weg und sagt, ich möchte das Android da, das normale Android, so wie es eigentlich ist. Das ist jetzt nicht viel schwieriger zu verstehen. Schade. Ich hätte jetzt gehofft, wir haben hier auch die Live-Hintergründe. Und wie ihr seht, MIUI, ihr habt eine eigene Musik-App, eigene Themen-App, eigene Fotos-App. Ihr habt alles eigen. Schauen wir jetzt nochmal, was ist noch vorinstalliert. Jo. So macht Xiaomi auch ihr Geld. Sie verkaufen die Geräte günstiger, machen dann aber solche Apps wie Teilfun oder Bubble oder Dust oder irgendwas. Irgendwas ist immer vorinstalliert. AliExpress, Ebay, Facebook hat sich eingekauft. Ich mag das nicht. Das sind auch alle Apps, die vorinstalliert sind. Und hier, die, die hier, ach, da geht es noch weiter, hier. Da wird noch fleißig weiter nachinstalliert, auch noch gerade. Ja, das gefällt mir persönlich nicht. LinkedIn hat sich eingekauft. Also Amazon auch. WPS-Office ist auch vorinstalliert. Kann man die Apps deinstallieren? Das ist jetzt nochmal so eine Sache. Wenn man die deinstallieren kann, ist ja kein Problem. Kann ich sie deinstallieren? Ja, erfolgreich deinstalliert. Ich mache aber trotzdem einfach mal einen Screenshot, um zu zeigen, wer sich da, dass sich das da alles eingekauft hat. Das finde ich persönlich keine coole Sache. Man kann sie zwar deinstallieren, es ist trotzdem aber nervig. Naja, Einstellungen. Hier haben wir die, ähm, mein Gerät. Das basiert auf MIUI 12. Wir haben hier den Sperrbildschirm, wir haben Display, haben wir, hier können wir die Helligkeit einstellen. Äh, Hintergrundbild. Vielleicht gibt es ja das Live-Hintergrundbild. Äh, Live-Wallpaper. Genau. Ah, nee, nicht die, sondern, wo ist das mit dem Maß? Das coole vom, ähm, vom Poco F2 Pro. Oder gibt es das etwa hier nicht für die Geräte? Das fände ich ja persönlich sehr schade. Ähm, ich werde da jetzt auch nochmal gleich suchen. Ähm, erster Eindruck, von der Hardware natürlich Bombe. Wir können ja nochmal ein Bild mit der Kamera machen. So, zulassen. Ja, darfst auf alles zugreifen. Funktion für Blende auswählen, ja, blablabla. Ich mache mal ein paar Bilder. Nochmal hier, das Kabel. So. Ja. 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 Sehr detailreich. Gut, das ist jetzt ein bisschen verschwommen, aber das ist auch gut. Also vom allerersten Eindruck, jetzt kann man es besser sehen, von den Bildern. Ja. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ja. Das war's vom Unboxing, Einrichten und allererster Eindruck des Poco X3 NFC. Ich werde das Ganze jetzt für im Test auch mit diesen Geräten hier vergleichen und mich dann mit einem Fazit zu jedem der einzelnen Geräte zurückmelden. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne einen Like da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Und tschüss. Tschüss.